Hallihallo ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen hier bei Legend of Farmers von den Farmworkers. Ich freue mich, wir sind im Reality Roleplay, also Reality RP und sind in unserem großen Projekt. Heute wird es darum gehen, den Hof zu entdecken. Es wird heute darum gehen, die ganzen Geräte zu entdecken. Das werden wir wahrscheinlich so in den ersten paar Minuten auf alle Fälle mit euch machen. Und dann geht es noch darum, mal irgendwie einen Bürgermeister oder irgendwas hier zu erwischen, weil ich muss Geld verdienen. Und ich weiß überhaupt noch nicht, wie ich Geld verdienen kann. Das wird heute unsere Aufgabe sein und dann schauen wir mal, was heute alles passiert. Aber das sind so die Hauptaufgaben und jetzt steigen wir ein ins RP. So, ah. Ja, ich bin ja nun jetzt hier angekommen. Und irgendwo, irgendwo hier, und ich weiß nicht wo, durch das Gestrüpp hier, irgendwo muss hier ein Traktor sein. Vielleicht hier hinten? Boah, ey, hier sieht es ja aus. Oh, guck mal, ein Reh. Ey, ein Reh, ein Reh. Okay. Oh, ey, das... Oh, nee, das hab ich, das hab ich gekauft. Du Schande. Es ist ja alles übelst verwachsen, übelst verbaut und... Oh, nee. Aber... Packen wir es an. Das wird... Das wird... Das wird... Das wird... Ich muss mir das so einreden. So, jetzt rennen wir mal hier hoch. Oh, hier ist auch noch irgendwie, als wenn hier was... Hier steht was. Wie kommen wir denn hier rein? Kommt mal hier. Oh, hier steht was. Leute, hier steht was. Geil. Ja, hier ist was. Hier. Wow. Ein alter Traktor. Ein ganz alter Traktor. Krass. Aber ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst, den anzumachen. Wann mal, ich muss mal gucken. Sieht denn das alles... Aber das sieht noch ziemlich recht neu aus hier. Das ist ja... Das sieht ja richtig gut aus. Also das Ding, das... Müssen wir dann mal probieren, ob es angeht. Aber das... Das würde ich direkt sogar mal fahren. Okay. Da muss aber... Hier liegt noch Holz rum. Von den Vorbesitzern. Hier liegen noch Paletten rum. Was haben wir hier noch so? Ah, hier liegen noch... Hier liegt auch noch Holz rum. Ah, es ist alles so... Ja, alles so bewachsen. Und das ist ja krass. Ah, hier. Ey, was ist... Also... So, aber wo ist denn jetzt... Das ist... Nee. Ach, du Schande. Das ist jetzt nicht wahr. Hä? 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 Oh Gott. Das Ding ist ja eingewachsen. Oh, nee. Aber... Aber... Ja, es sieht aber noch recht... Noch recht... Noch recht gut aus, muss ich sagen. Ja. Sieht eigentlich... Es wundert mich ja fast. Okay. Hm. Na, die Frage ist jetzt... Hm... Kriegen wir das Ding hier raus? Komm, wir probieren es mal. Ich fahre mal mit dem Traktor her... Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding rausbekommen. Aber es ist ja so ruhig überall. Ich muss dann auf alle Fälle mal in die Stadt fahren... Und muss mal gucken, ob ich irgendjemanden finde. Mal sehen, ob ich mich hier durch... Durchzwängen kann. Oh, oh, oh Gott. Oh, das geht aber ganz schwer. Oh, das geht ja richtig... Richtig schwer. Oh, so, jetzt sind wir durch. So, warte mal. Jetzt muss ich aber noch mal schnell gucken. Äh... Hier ist es nicht eingewachsen. Nee, hier ist es auch nicht eingewachsen. Okay, das müsste eigentlich funktionieren. Also eigentlich müsste es gehen. Hm. Okay, wir probieren es mal... Okay, wir probieren es mal aus. Mal sehen. So, warte mal. So. Wollen wir hier draufsteigen. Also dran ist es auf alle Fälle. Ähm. So, heben wir das Ding mal hoch. So, ganz langsam raus. Ganz langsam. Ganz langsam machen. So. Ah, na, 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 ja. Ah, ah. Jetzt. So, wollen wir mal gucken. Okay. Aber das sieht eigentlich noch ganz gut aus, das Ding. Okay. Na ja, gut. Dann, äh, stellen wir den mal raus. Schade, in die Halle kommen wir ja nicht. Ich stelle den mal oben hin. Und dann fahre ich erst mal irgendwie in die Stadt. Irgendwo... Irgendwie brauche ich hier mal jemanden, mit dem ich reden kann. Irgendwie in... ...Bürgermeister oder so. So. Ach, Mr., ich kann doch den... Ich kann doch den Krüger nochmal anrufen. Vielleicht hat er ja inzwischen schon jemanden gefunden und hat irgendwie eine Telefonnummer vom Bürgermeister. Wartet mal, das mache ich jetzt. So, wo habe ich die Nummer? Wo habe ich die Nummer? Wo habe ich die Nummer? Okay. Okay, geht niemand ran. Dann würde ich mal sagen... Das ist Eric Beldor. Wir haben uns... Der... Haben uns... Am... Mayway... Getroffen. Wohin? Äh... Ich konnte... Sie nicht... Erreichen. Bitte... 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 Rufen Sie mich doch... Einmal an. Wenn... Sie... Einmal an. So, na gut. Ähm... Nichtsdestotrotz machen wir das jetzt aber erstmal so. Ich hänge das Ding erstmal wieder ab. So, okay. Ähm... Dann würde ich jetzt mal sagen... Fahren wir mal in die Stadt hoch. Vielleicht... Äh... Finde ich ja irgendjemand... Oh, das war knapp. Wow. Ich will hier nix... Niemand überfahren, ey. Okay. Ähm... Dann fahren wir jetzt mal in die Stadt hoch. Ich bin aufgeregt... Ob ich... Jetzt jemand finde... Der mir hier helfen kann. Ähm... Und der mir vielleicht irgendwie einen Job oder irgendwas erstmal anbietet. Ähm... Achso, nach den Flurstücken muss ich ja auch noch gucken. Ich muss ja noch gucken, welche Flurstücke jetzt hier meine sind noch dazu. Mal sehen. Ja, irgendwie kriegen wir es hin. So. Ähm... Ich fahr mal zum Händler. Mal sehen. Vielleicht ist ja ein Händler da... Der mir hier irgendwie helfen kann. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Oh, ein paar Riesen... Ein paar Riesendinger hier. Also hier haben die richtig Industrie, ne? Die haben hier wirklich richtig Industrie. Ja, Felder. Ja, Krüger. Ja, Krüger. Ah, Herr Krüger. Ja. Vielen Dank. Warten Sie mich. Ich fahr mal ganz kurz schnell hier ran. Ja. Ich hab nämlich heute keine Freisprecheinrichtung mit. So. Ich schon. Äh... Herr Krüger. Ja. Haben Sie... Haben Sie schon mal jemanden von der Stadt... Also haben Sie jemanden gefunden? Das wollte ich mal sagen. Haben Sie alles gefunden? Ich hab sie ihn gefunden. Und sagen Sie mal, haben Sie eventuell eine Telefonnummer... Haben Sie einen Bürgermeister oder irgendwie jemanden, der hier so ein bisschen ansprechbar ist für neue Leute in der Stadt? Haben Sie da jemanden getroffen? Hallo? Ja. Äh... War jetzt die Verbindung kurz weg, oder? Ähm... Ja, ich... Mir ist grad ein Reh vor das Auto... Oh, das hatte ich auch gerade. Das hatte ich auch gerade. Also da hab ich mich halt so ein bisschen erschrocken. Ja, das... Das glaube ich Ihnen. Ähm... Ne, also wie gesagt... Haben Sie irgendwie eine Telefonnummer mal in Erfahrung bringen können? Oder an wen man sich hier wenden kann, wenn man neu ist? Ähm... Also ich glaub hier... Hier... Also wenn Sie Richtung Tankstelle... Also da, wo wir uns getroffen haben... Und dann halt weiter diese Tankstelle... Und da geht's dann mal... Und da geht's dann mal, ähm... Ja, rechts weg... Und da dann einfach auch weiter. Aber ich hab hier gerade ein... 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 Ich hab mich gerade so dermaßen, ähm... Erschrocken, dass ich gerade so ein bisschen... Äh... Hallo? Ja? Und Herr Krüger? Ja, mir... Mir ist hier ein Reh, äh... Gehüpft und ich hab mich ein bisschen erschrocken. Herr Krüger, ich leg erst mal auf. Ja. Machen Sie erst mal und dann schauen wir schon. Ne? Okay. Jo, tschüss. Tschüss. So. Okay. Oh, der Herr Krüger hat einen Unfall. Das ist ja nicht gut. Das ist ja gar nicht gut. So, gut. Okay. Ähm... Naja, dann wollen wir mal gucken. Hm, der hat gesorgt. Ich muss jetzt gleich an der Tankstelle nochmal anhalten. Der hat ja gesorgt. An der Tankstelle und dann rechts runter. Okay, dann müssen wir mal gucken. Ah, da ist ja vorhin jemand rausgekommen, ne? Okay, ich halte jetzt nochmal schnell an der Tankstelle an. Aber interessieren würde es mich ja mal, was da passiert ist jetzt. Okay, also wir müssen auf alle Fälle, muss ich hier jemand finden, der mir mal Auskunft geben kann, wo ich mich hinwenden soll mit einem Job. Ähm... Also da brauche ich auf alle Fälle jemanden. Gut, ich habe natürlich ein bisschen... Ich habe natürlich ein bisschen Geld. Ich könnte ja schon mal ein bisschen was machen. Ähm... Mein Aussaatkalender von früher, den habe ich noch mit. Wo ist denn hier die Tankstelle? Hier sieht es aus wie Feuerwehr. Ah, hier ist sogar Feuerwehr. Mhm, okay. Support your local farmers. Ja, das ist richtig so. Ist eigentlich eine schöne Gegend hier, muss ich sagen. Ah, hier ist die Tankstelle. Okay. So, da fahre ich mal kurz rein. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ähm... Wenn ich jetzt bei der Tankstelle nicht hier und fahre hier runter. Hier runter, hier runter, hier runter. Hier ist niemand weiter. Ähm... Wenn ich hier hinterfahre... Ne, dann komme ich zu mir wieder. Hm... Hier hinten sind Häuser auf alle Fälle. Da sind auch Ställe eingezeichnet bei mir auf der Karte. Hm... Das wäre vielleicht sogar eine Variante. Da vielleicht mal hinzugucken. Ob da irgendjemand... Da irgendjemand ist. Obwohl hier oben ist natürlich auch... Hier oben ist ganz viel los. Hier ist ganz viel eingezeichnet. Wisst ihr was? Wir drehen mal um. Genau, wir drehen mal um. Und fahren mal dorthin. Wow. 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 Okay. Gut. Gut, dann fahren wir mal da. Also ich glaube, ich brauche irgendwann mal ein Auto hier. So Ich muss auf alle Fälle jetzt noch irgendwie Hier hinten stehen große Hallen Zu den großen Hallen fangen wir mal hin Da muss es irgendwann hier reingehen Hier vielleicht So Wollen wir mal gucken Wollen wir mal gucken Ob irgendjemand hier irgendwo ist Ui Hier steht jemand Stopp Stopp Hallo Angefahrenes Reh hier Stopp 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 Herr Weber Hier ist ein kleiner Unfall passiert Ich könnte gerade die Brücke nicht passieren Geh mal andere Seite Halt meinen Reifen hoch Ja Hier nimmst du gut Geht gleich weiter Wir können ja gerne warten Ja mach ich Kann ich helfen Ach hauptsache fest Ja Warte Ist das der Herr Krüger Ich höre gerade den Herrn Krüger Ja ja da ist der Krüger Ja Warte ich ziehe fest Ja gut Wie schnell ist auf der Seite Könnte in der Hinsen nichts passieren Du steigst jetzt in Ja Herr Krüger alles in Ordnung mit Ihnen Ja Hi Ich hatte gerade zum Reh Das äh Vor mein Auto Äh Mich so erschrocken hat Dass meine Dass mein Pult von 80 auf 400 Und mein Lenkrad war es Ach du Schande Ja Okay Dann äh Haben Sie alles gegriffen Sollen wir irgendwo helfen Ja können wir Können wir helfen Doch passen dass der Chef nicht um meine Ecke kommt Ne der musste pullern hat er gesagt Pass auf Pass auf Ich fahre jetzt hier unten durchs Wasser Ja Komm hier langsam drunter Und versuch dich hier unten rauszuschieben Das waren Die Öl waren am wenigsten Wie möglich belasten hier unten Ja Ja Ich hoffe du mit die Reifen nicht hält Oh Gott oh Gott Dann bringen sie den aber auch direkt in der Werkstatt am besten Ich fahre mal kurz meinen Traktor um Ein Stück zur Seite Na ist gut Na ist gut Oh 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 Christ Ah Donnie ist auch Oh Gott Heiliger Vater Das sieht aber ziemlich Äh Das sieht ja ziemlich krass aus Was ihr hier macht Alter Die Kabine kam jetzt ein Stück runter Oh oh Das wird teuer Eih, 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 Eih Herr Krüger fahren Sie mit den Jans Sachen von rückwärts Aber Moment Ich leh mir beiseite Der Krüger rückwärts Er ist in der anderen Richtung Wie vorwärts Ja, ich bin jetzt dabei Moment Langsam Oh Gott, die Scheibe reißt Oh 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 åh Oh oh Ist jetzt aber Hallo Anfabon Ich ging zu rüber Oh Eih, Eih ist gewesen der wagen ist hin ich würde damit auf keinen fall weiterfahren der kann nicht mehr weiterfahren das läuft hier doch alles raus so ganz aber der hier kann auch nicht weiter fahren der hat die ganze kabine unten mich wundert dass das ding noch fährt sie sind sie sind herbrand oder das habe ich jetzt irgendwie so bisserl mitgekriegt ja aber ihr lieben wie das hier weitergeht und wer das jetzt eigentlich ist was hier überhaupt passiert ist sehen wir in der nächsten folge wir sind nämlich erst mal so weit durch bis dahin macht's gut tschüss und tschau übrigens 24 7 rp es kann sein dass immer jemand irgendwo da ist und rp spielt bis dahin macht's gut wir sind raus tschüss und tschau